Und zwar hat das Auto auf den Punkt genau 300 Euro gekostet. Herzlich willkommen meine Freunde zum lang ersehnten zweiten Teil. Billigster Porsche Deutschlands 996 Teil 2. Und zwar geht es heute darum, wir haben den Porsche getunt. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich leider Gottes einmal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Und zwar müsst ihr bitte Verständnis zeigen. Zum allerersten mal, ihr kriegt hier wirklich pausenlos, kostenlosen Content. Aber dieser kostenlose Content muss auch irgendwie finanziert werden und auch immer realisiert werden. Wie ihr ja wisst, habe ich noch meinen Autohandel. Da geht auch momentan die Post ab. Da flattert auch eine Reklamation nach dem anderen rein. Video dazu wird folgen. Also da habe ich auch meinen Kopf voll. Dann muss ich mich ständig darum kümmern, wie ich wann welche Projekte oder Videos realisieren kann. Und dahinter, ja Freunde, gehört nicht nur ein Auto, sondern meistens auch der Besitzer dieses Fahrzeugs. Wie zum Beispiel von diesem Fahrzeug. Da muss ich eine Sache korrigieren. Das tut mir leid, wenn es so rübergekommen ist. Im ersten Teil, ich habe die ganze Zeit gesagt, wir, 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 wir. Und dementsprechend ist es dann anscheinend so rübergekommen, dass 90% der Community dachte, das Auto gehört mir. Tut es aber in dem Fall nicht. Das ist ein sehr guter Freund von mir, gleichzeitig mein Hallennachbar, der sich dieses Schätzchen ergattert und hat gleichzeitig angeboten, hör mal, wenn du willst, können wir da ein paar Videos dazu machen. Dazu gehen erstmal Props und Dankeschön dafür raus, dass wir dann diesen Content haben. Und zweitens, ja, müssen wir wirklich auch auf die, bisschen auf die Privatsphäre der Leute, der Besitzer dann Acht geben. Ihr habt quasi so Druck gemacht, wann dieser zweite Teil kommt und ihr könnt mir glauben, ich bin der Letzte, der daran nicht interessiert ist, einen zweiten Teil rauszubringen. Aber wie gesagt, ich muss Zeit haben, der Besitzer muss Zeit haben und das Ganze kostet auch Kohle, ja. Die ganzen Teile, das muss alles, das Fahrzeug hat Geld gekostet, die ganzen Tuning-Parts und dann gibt es ja auch noch ein Privatleben, was finanziert werden muss. Und das ist dann wirklich wiederum nur Luxus. Wie gesagt, da müsst ihr eine Realation zu haben, das kostet alles Geld, Zeit und das ist nicht mal eben so gemacht. So, genug gequatscht dazu. Ich hoffe, ihr habt dafür in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Verständnis. Heute geht es, wie gesagt, weiter. Der Porsche 996 wurde getunt. Wir hatten ja im ersten Teil die Vorstellung und ich habe euch natürlich auch gesagt, ich verrate euch im zweiten Teil, wie viel das Auto gekostet hat. Und zwar hat das Auto auf den Punkt genau 300 Euro gekostet. Und ich muss sagen, zwei bis drei Personen waren sehr, sehr nah dran oder haben es sogar auf den Punkt genau getroffen. Die Personen, wisst ihr was, das mache ich jetzt komplett spontan, das denke ich mir nicht aus, habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich nicht geplant. Ihr habt was gewonnen, sage ich jetzt einfach mal so. Das waren, glaube ich, zwei bis drei Personen, solange euer Kommentar nicht auf bearbeitet geschrieben ist auf YouTube. So kann ich sehen, dass der Kommentar original ist. Die dürfen sich gerne bei mir melden. Also wie gesagt, 14.300 Euro. Meldet euch bei mir in Form von E-Mail oder per Instagram, Direct Message. Ihr habt eine Kleinigkeit, ich haue euch ein Goodie raus. So viel hat der billigste Porsche Deutschlands gekostet. Es war wirklich der billigste. Wir reden hier nicht vom Boxster. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir reden hier von einem klassischen Porsche. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Was ist passiert an dem Fahrzeug? Es ist mit das Wichtigste passiert. Es wurden sich gekümmert um Felgen und Fahrwerk. Schwenken wir einfach mal rum um das Fahrzeug und dann werdet ihr sehen, es steht richtig geil da. Wenn wir hier ein bisschen zusammen abtauchen und uns das Seitenprofil einmal gönnen. Der Wagen wurde dezent tiefer gelegt mit Tieferlegungsfedern. Das war kostentechnisch. War das zum Gewindefahrwerk gar keine Relation. Also da ist man günstig weggekommen. Dementsprechend ist man jetzt natürlich wirklich im dezenten Tieferlegungspunkt. Klar, mit einem Gewindefahrwerk könnte man das Ding komplett runterlegen. Aber ich finde, so steht er gut im Kasten. Man muss das ja noch ein bisschen sehen, dass das so ein bisschen den alten Style hat, sag ich mal so. Wenn das Ding jetzt komplett flach wie eine Flunder liegt, dann wird das auch nicht irgendwie zusammenpassen. So haben wir hier auf jeden Fall so eine gute Fingerbreite hinten. Vorne natürlich minimal mehr. Aber das Gesamtkonzept sieht auf jeden Fall gut und gelungen aus. Dazu kommt jetzt natürlich das Prunkstück, finde ich. Also da hat der Kollege richtig einen rausgehauen. ATS, wie heißt denn hier nochmal? Racelight oder so? Genau. ATS Racelight in folgender Dimension. 8,5 x 19 vorne und 10,5 x 19 hinten. Das heißt, wir haben natürlich dieses schöne Objekt von einem dicken Popo, würde ich mal sagen. Diese breiten Felgen hinten und ein bisschen schmaler vorne, damit man dieses schöne Lenkverhalten noch beibehält. Von 17 Zoll auf 19 Zoll gesprungen. Richtig geil. Die Farbe passt wirklich brutal zum Auto. Und was ich ja schon mal gesagt habe, ich feiere das wirklich sehr. Wenn man auf einem altmodischen Auto, würde ich jetzt mal sagen, neu moderne Felgen drauf knallt. Sportliche Felgen. Wir haben hier natürlich auch den Aspekt, dass die sehr, sehr leicht sind. Und damit die Fahrdynamik natürlich auch nicht negativ beeinträchtigt wird. Das sieht super aus. Spurplatten brauchen wir hier gar nicht, finde ich. Ich finde auch, von der Einpress-Tiefe her passt das hier wunderbar. Wenn wir uns das einmal hier von dieser Flucht anschauen, von vorne, dann können das die Zuschauer richtig gut nachverfolgen, dass die Felgen richtig gut stehen. Das Gleiche können wir uns auch einmal kurz von hinten anschauen. Der Heck-Spoiler bleibt natürlich immer ausgefahren jetzt mittlerweile. Aber vielleicht wird sich hier drum noch gekümmert. Das wäre natürlich, das wäre High-End, wenn hier so eine Theke ungefähr draufkommt, wo du dann bei Meckes hier dein Big Mac-Menü oder sowas verzehren könntest. Das wäre komplett geil. Wenn wir jetzt einmal komplett die Linie entlang gehen, gerade aus dem Fahrzeug, dann können wir vielleicht nachvollziehen, wie breit der Popo ist. Dann müssen wir hier einmal runtergehen. Und dann sehen wir auch die dicken Schlappen hier einmal. Er steht wirklich gut da mittlerweile. Anders als ich behauptet hatte, auch im ersten Video, ist hier schon eine Sportabgasanlage quasi verbaut, die einen Ticken lauter ist als Serie. Da haben wir uns auch vertan gehabt. Aber ansonsten war es das schon fast erstmal mit dem äußerlichen Tuning. Wir hatten gemunkelt, ob hier noch was passiert mit den Scheinwerfern vorne und hinten. Aber das wird jetzt erstmal so original gelassen. Und der einzige Punkt, der jetzt noch neu gekommen ist, das können wir euch zeigen. So, jetzt werden sich natürlich viele fragen, sowas kannst du da nicht in einen Porsche einbauen. Halt, Stopp, Freunde. Jetzt rede ich. Und zwar kostet das Radio, also das alte Radio wurde eingeschickt, weil es einen Defekt hatte und es war leider irreparabel. Und ein neues, quasi altes Radio von Porsche hätte jetzt 700 Euro gekostet. Aber da hast du keinen AUX, da hast du keinen Bluetooth. Das Navigation ist für die Tonne. Und das hatte der Kollege in der Ecke rumfliegen. Und das hat hier jetzt hier, wie man sehen kann, wunderbar Platz genommen und funktioniert erstmal einwandfrei und ist natürlich umsüss, wenn wir es mal auf gut Deutsch sagen wollen. Ja, was wir noch sagen können, ist, dass Heckstoßstange und Frontstoßstange neu lackiert wurden aufgrund optischer Makel. Die sind auch wieder frisch lackiert. Ein paar Dellen haben wir noch am Fahrzeug, aber die werden dann, das ist Feinschliff, da kümmern wir uns ganz am Ende drum. Im nächsten Teil werden auf jeden Fall andere Sitze ins Fahrzeuge nehmen plus ein anderes Lenkrad. Ja, das kommt im nächsten Teil. Darum werden wir uns kümmern. Im vierten Teil werdet ihr euch wahrscheinlich auf einen umfassenden Service freuen dürfen. Und dann würde ich sagen, fünfter Teil wird dann schon fast das Ende der Serie sein. Aber da sind wir noch lange nicht, deswegen freut euch auf die weiteren Teile. Ich würde sagen, hat euch das Video gefallen, lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, denn dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Outro